Ja hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Partner, Report bzw. Coach, Psychologe und vieles mehr, wenn du dich in meiner Arbeit interessierst, schau mal auf Liebeschipp vorbei und ja, heute geht es mal wieder um Princess Charming, letzte Folge, sehr cool, vielleicht hast du auch Lust morgen mal dabei zu sein um Donnerstag 18 Uhr 22. Juli beim Live mit Steffi Stahl auf ihrem Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da mal vorbeikommst. Wir haben immer noch dieses Gewinnspiel laufen, ich schaue auf die 25.000 Abonnenten zu, also wenn du irgendein 30- bis 60-sekündiges Video einschickst, unsupported Liebeschipp, kannst du auch über WeTransfer oder sonst wie schicken, kannst du da noch mitmachen, ein bisschen was könnten wir noch gebrauchen, es gibt riesige Kurspakete zu gewinnen und ja, ich weiß, die Anforderung ist hoch, aber vielleicht macht ja noch der eine oder andere mit und vielleicht sehen wir uns auch auf einer Lesung, wir planen gerade, Hamburg ist schon auf der Homepage, Jena folgt und in Berlin gibt es da die libysche Party. Aber so, jetzt zur Princess Charming, zu Irina. Also, gut, diese letzten Folgen, diese Serien sind ja immer so ein bisschen mau, liegt glaube ich einfach an der Dramaturgie und ist ja auch alles okay, erstmal gut für mein Ego, dass ich das alles richtig vorhergesagt habe, wie das endet, dass, ja, Spoiler, Lu gewinnt und ähm, genau, zweiten Platz, ähm, ja, mit Elsa, genau, habe ich auch so gesehen und ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube, dass sie keine Chance mehr hat, Elsa und, äh, war trotzdem irgendwie interessant, fand ich das zu sehen, es gab ja noch die zwei Dates, die wollen wir auch mal kurz beleuchten und zwar, ja, fand ich das von Lu, war jetzt, fand ich jetzt nicht so mega spannend, ich fand auch auf Lu's Date, muss ich sagen, ähm, hat man irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch das auch so ging, diesen Altersunterschied doch ziemlich gemerkt, also da hatte ich so das Gefühl, als die da so, so wirklich Gesprächssituationen unter der Lupe da gezeigt haben, habe ich so gedacht, ja, irgendwie ist es doch ganz schön, boah, ist auch echt viel, 30 und 20 und fand ich, konnte man so ein bisschen merken und was ich auch spannend fand, war dieser Moment, wo Lu sagte, Hauptsache du wirst glücklich, also, Hauptsache du triffst für dich die richtige Wahl, super Spruch, kam auch super gut an, weil wir suchen ja eigentlich so echte Liebe, nicht nur diese Ego-Geschichten und das, das demonstriert natürlich so einen Satz, ähm, trotzdem muss man so ein bisschen manchmal auch die Kirche im Dorf lassen, weil beim Verlieben geht es natürlich auch so ein bisschen um dieses, ja, gewollt werden, jemanden wollen und wenn man dann zu sehr so schwingt in diesem, ja, was auch immer passiert, ist alles egal und Hauptsache es ist, äh, es ist für alle das Richtige und so, dann fühlt sich manchmal der, das Gegenüber nicht so richtig gewollt und das, das ist ja gerade das Schöne am Verlieben, dieses, ah, ich werde so gewollt und was weiß ich und da hat Irina dann auch kurz eingehakt, aber, ja, war eigentlich, man merkt einfach, dass sie mega vertraut sind und was ich einfach auch spannend finde, was auch immer man für Worte da jetzt für findet, dass ja, ähm, so die Lu aus einer sehr femininen Polarität kommt und auch, ähm, ja, ich finde auch so in diesen Dates diese Qualitäten so bedient, während Elsa ja aus einer, weiß nicht, ist jetzt maskulin das richtige Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine, also ob das jetzt Kleidung ist, aber auch wie sie diese Dates führt und das macht sie super, ist super interessant, finde ich echt, das ist genau, wie gesagt, wie auch immer man das nennt, was, äh, ja, sagen wir mal, die Young-Polarität ausmacht, dieses auch jemanden zugehen, erobern, witzig sein, cool sein, äh, dieses Sexiness erzeugen und, das ist natürlich in der Feminin auch, aber so diese Art, wie sie es macht, ist so, fand ich sehr spannend und das so in, auf einem Treffen zu sehen und dann zu gucken, für was entscheidet sie sich jetzt, das fand ich persönlich sehr spannend, ne, und, äh, das Elsa-Date war auch, hat sie wieder genau das abgeliefert, was, glaube ich, auch echt ihre Stärke ist, definitiv, also so ein sexy Vibe, äh, zu machen, hat sie auch hier Action, 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 Date mit dem, äh, Fliegen und, ja, wie das Ganze so ablief, also sehr, wirklich sehr erotisch und, ähm, ja, und das ist auch letztlich eine Entscheidungssache, ne, ich finde, das ist jetzt einfach dann, muss jemand dann, der in so einer Situation ist, wie die Irina, muss dann entscheiden, worauf habe ich einfach mehr Bock, ne, es ist beides interessant und ich denke, was letztlich dann problematisch war, war schon so, dass, äh, während Lu ja deutlich gemacht hat, dass sie total verknallt ist und ich manchmal dachte schon fast schon ein bisschen zu viel, vielleicht, dass ich schon auffassen muss, dass es nicht so ein bisschen überwältigend drüberkommt, äh, war Elsa da doch sehr closed up, sag ich mal, ähm, hat gesagt, ja, es kribbelt und was, glaube ich, genau diese Befürchtung, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht hervorgerufen hat bei Irina, ist es jetzt nur wegen der Sendung, nur weil sie gewinnen will, was man jetzt überhaupt nicht bewerten muss, ne. Ich denke, so, diese, diese Emotionalität von Lu, dieses wirkt ja auch wirklich sehr authentisch, sag jetzt nicht, dass Elsa nicht authentisch ist, aber dass man so eine gewisse Gefahr spürt, ist sie so ein bisschen mehr Player, Playerin-mäßig unterwegs, äh, kann ich nachvollziehen, wie gesagt, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ähm, ja, weil sie halt so ein bisschen mehr aus dem Ego kommt vielleicht, was, wie gesagt, auch keine Bewertung ist, aber macht ja auch Spaß, so jemand zu daten, offensichtlich, und, äh, das sind halt Entscheidungssachen, ne, aber weil, wie gesagt, Irina hat ja schon deutlich gemacht, wo ihr Schwerpunkt ist, und deswegen denke ich, war das dann, ähm, ja, irgendwo vorprogrammiert, ist ja auch ein super cooles Paar, finde ich, die beiden, Lu und Irina, und, ähm, muss man mal sehen, ich bin trotzdem so ein bisschen, äh, es wurde ja kurz reingezoomt in, äh, das wiedersehen, ähm, bin mal gespannt, ob die dann wirklich auch, äh, zusammenkommen, das ist ja so eine Sache, ob man jetzt, also nicht nur, ist ja auch bei Urlaubsbekanntschaften so, ob man jetzt in, in so einem bestimmten Umfeld zusammenkommt, und ob sich das überträgt nach zu Hause, ist ja noch mal eine ganz andere Frage, wie gesagt, ich glaube schon, dass die zehn Jahre, zehn Jahre sind an sich jetzt nicht so viel, aber, wie gesagt, von, dass völlig andere Lebenssituationen sind, und je jünger man ist, umso mehr macht das aus, definitiv, ja, kann gut gehen, kann nicht gut gehen, muss man, äh, mal sehen, aber ich bin auf jeden Mal schon gespannt, wie es ausgeht, und fand's echt doch ein sehr cooles Format, muss ich echt sagen, so, äh, hat mir echt, äh, sehr gefallen, und ja, wenn ihr Lust habt, dass ich öfter mal so Trash kommentiere, dann sagt mir das gerne. Ich fand's so aus Dating-Sicht, ähm, sehr spannend, ähm, wie das gelaufen ist, und hab da, glaube ich, auch noch für mich nochmal eine Menge gelernt, so, als älterer, weißer, heteroer Mann, genau, fand ich super spannend, einfach nochmal, muss ich echt sagen. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020